walls don't lie nummer 18 kg bist du da am start mein freund wie immer alle zwei wochen pünktlich auf die Minute walls don't lie kann jetzt führerschein machen ist mir gerade so gekommen u18 in die adult sektion okay adult entertainment habe ich mal im übrigen in der u18 sektion das sind ja auch die horror movies oder so zombie splatter hast du sowas früher geguckt ja ich habe mich sogar reingeschlichen in die videothek damals bei uns in ansbach heimlich da in der 18 manchmal so sachen im videotreff mit freunden besorgt und habt ihr dann immer zu hause kopiert beat street auch aber auch auch den ein oder anderen horrorfilm ja unser gast heute hat tatsächlich so ein bisschen was damit zu tun oder würde ich auf jeden fall sagen auch mal ein fühlt sich komisch an zu sagen young blood eigentlich ist ja auch schon verdammt lange dabei wir haben spuk 210 aus hannover in the house stabiler steiler würde ich sagen und deswegen hören wir uns direkt mal an was er so ausgepackt hat herzlich willkommen spuk 210 hallo schön dass du da bist hallo moin freut mich 2 1 0 210 wie sprichst du es aus lustig ich habe schon geahnt dass das relativ früh zur frage kommt 2 1 0 würde ich sagen ich frage mich bei so writer namen ja immer wenn eine zahl daneben steht genau für was sie steht meistens ist das ja relativ ersichtlich oft ist es der geburt das geburtsjahr oder die postleitzahl bei dir kann ich nicht so zu ordnen es ist ein misch ding ehrlich gesagt ja es hat sich irgendwann mal so ergeben dass ich wollte nicht warnen weil ich wusste es gibt ein spuk warnen und ja weiß ich nicht es hat sich irgendwie letztendlich so ein bisschen aus so privaten gegebenheiten zusammengesetzt würde ich mal sagen so geburtsdatum ähnlich um da nicht zu weit zu gehen aber so in die richtung ja über deinen namen würde ich gerne später auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen natürlich auch über die buchstaben aber bevor wir da hinkommen und über spuk reden müssen wir erst mal verstehen wie spuk zu spuk wurde und deswegen würde ich sagen wir spulen mal ganz klassisch an den anfang zurück du bist ich glaube das können wir sagen grob in den 90er jahren nahe hannover aufgewachsen ist das richtig genau also ich bin im umfeld von hannover aufgewachsen anfang der 90er auf dem dorf bin dort geboren quasi in der kleinen provinz aufgewachsen auch bis ich 15 16 war dann hat es mich schon eher nach hannover verschlagen und bin dort relativ früh so mit zwölf müsste das gewesen sein mit der skater szene vertraut geworden und bin selber skateboard gefahren und dann auch eben mehr nach hannover fährst du noch ne leider nicht mehr leider leider ist witzig also wirklich die hälfte unserer gäste hat auch relativ ähnliche erlebnisse gehabt dass das wirklich über skateboarding kam so der der erste schritt ja habe ich auch schon oft gehört ja ganz klassischer werdegang ich vermisse es oft ich denke ganz oft an skaten aber es ist leider kein teil mehr meines lebens wann wurde denn dann graffiti ein teil deines lebens das müsste so zweiter sagen wir mal ende 2000 2000er jahre ungefähr so 2009 2008 ungefähr wurde das durch die skater szene mir näher gebracht und dann auch damals durch klassenkameraden da habe ich gesehen dass dort jemanden gab dessen großer bruder hat schon irgendwie mit graffiti zu tun gehabt ja der hat das so ein bisschen bei uns in den freundeskreis mit rein gebracht und da ich mich schon immer sehr viel mit malen und zeichen auseinander gesetzt habe war das irgendwie dann der logische weg war das dann aber ja sicher nicht das erste mal dass du graffiti bewusst wahrgenommen hast oder nee nee nicht wirklich also ich kann mich ganz klassisch noch daran erinnern als ich früher durch hannover gefahren bin mit dem zug und wir zur skateboard es gab eine skateboard halle ein bisschen außerhalb von hannover und dort hingefahren sind da habe ich das erste mal mit leuten bewusst auf graffiti bilder an allein so geachtet da kann ich mich noch ganz ich weiß gar nicht wie es dazu kam irgendwie versucht irgendwie da was raus zu lesen aber das war so einer der ersten kontakt an die ich mich wirklich bewusst erinnern kann und du hast versucht die zu entziffern und du wolltest wissen was da steht ja den code dechiffrieren ja 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 würde ich gerne noch ein bisschen mehr eintauchen nimm uns doch mal mit so ein bisschen in das leben des 16 jährigen spuk wie sah so ein wie sah deine welt so aus als teenager wenn du sagst 2008 um den dreh ging das los mit graffiti mit dem mit dem skaten also du hast auf dem land gewohnt ja dann ging es wahrscheinlich am wochenende wie bei mir auch oft in die großstadt kann ich mir vorstellen genau wenn man irgendwie weg wollte vom land und das war aber primär die skate szene die ich dann dahin gezogen hat genau das war ja die durch skaten ja hast du da schon hip hop gehört also beziehungsweise anders gefragt hast du graffiti in verbindung mit hip hop wahrgenommen überhaupt oder war das für dich komplett eigenständig das war noch eigenständig also ich kann mich noch erinnern durch die tony hawk spiele für playstation xbox damals die ersten teile da habe ich so angefangen irgendwie mich mit mit hip hop und rap auseinanderzusetzen und durch mtv so ganz klassisch irgendwie ne also gar nicht groß deutschrap sondern einfach irgendwie ganz breit gefächert aber ich habe das damals nicht so in verbindung gesetzt also wie gesagt mein erster kontakt so bewusst war also ich finde es recht spät so mit 14 oder so das erste mal graffiti so wahrzunehmen ja das war vorher irgendwie kein großes thema für mich das interesse am selber malen das muss ja dann irgendwann losgegangen sein das kam dann wahrscheinlich auch über die skate szene skate szene und also wie gesagt diese eine klassenkamerad der hat mich damit irgendwie voll angesteckt also plötzlich wir waren so eine so eine kleine skate crew bei uns in der klasse wir waren so drei vier leute irgendwie und dann ja der eine hat dann angefangen wie gesagt durch seinen bruder so ein bisschen ja und das war irgendwie voll spannend und man war extrem neugierig heißt er hat in den großen bruder der euch da schon voraus war und und auch gemacht genau ja genau der hat schon gesprüht irgendwie ich weiß gar nicht da war irgendwie bestimmt schon zehn jahre älter damals ja und der kleine bruder war ein voll hat seinen bruder natürlich so ein bisschen angehimmelt und sich davon auch total mitreißen lassen und uns dann eben auch angesteckt ja und dann keine ahnung haben wir uns irgendwann mal dosen geholt ich glaube ich habe auch darüber nachgedacht was mein allererstes bild war das müsste an irgendeiner garage gewesen sein so legal natürlich irgendwie ja ich glaube das zweite hat tatsächlich dann sind wir immer an eine line gegangen so also weißt du den namen noch was war dein allererster name den du gemalt hast mein allererster name ich glaube pax also p a k s witzig habe ich auch mal gemacht krass ja es ist auch so ein standard name wirklich total keine ahnung das waren die erste ich glaube das war der allererste name drei der buchstaben hast ja noch ja total habe ich auch drüber nachgedacht ja lustig ja manchmal okay dann hattet ihr den 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 großen bruder von einem homie ja euch da so ein bisschen auf auf den trichter gebracht hat aber lustigerweise ganz kurz dazu noch mal ich habe den nie wirklich kennengelernt also es gab diesen großen bruder aber er war einfach mythos irgendwie also ich habe ihn nie wirklich so ich habe ich glaube ich habe ihn tatsächlich nie richtig kennengelernt nie gesehen groß mal blackbooks von ihm dann gesehen als du bei dem homie zu besuch warst oder wie ich glaube also es gab bilder so im umfeld bei uns in der kleinen stadt gab es immer wieder so oldschool bilder und das waren halt so die anlaufpunkte die wurden heilig gesprochen wir haben diese bilder voll analysiert und unsere styles auch extrem daran angelehnt muss ich sagen also im nachhinein ganz krass dein schulkamerad mit dem du da gestartet hast kam der auch vom dorf genau ja also aus dem anderen dorf aber alle so in diesem umfeld irgendwie werden alle auf verschiedenen dörfern hier aufgewachsen jetzt ist das ja nicht immer ganz einfach wenn man als jugendlicher anfängt zu malen gerade wenn man noch ein bisschen ab vom schuss wohnt kann ich und auch mein kollege carlos natürlich ein lied von singen und es ist nicht immer ganz einfach da den einstieg in die writer szene zu finden in der großstadt wie ging das denn dann für euch los in hannover ich nehme an ihr werdet auch irgendwann angefangen haben da kontakte zu suchen oder ja das war relativ praktisch also zu skater szene da gab es schon jemanden der war schon ein paar level weiter irgendwie der ist auch schon viel mehr illegal sprühen gegangen und ich glaube der hat uns so ein bisschen mit ins boot geholt und uns viel erklärt ich glaube er war auch so ein bisschen stolz darauf uns viele dinge zeigen zu können und wir haben das natürlich voll neugierig so aufgenommen also der hatte schon so ein bisschen die mentorenfunktion auch für euch irgendwie schon ja voll also ich hatte nie so den klassischen teacher würde ich sagen das hatten wir gar nicht eigentlich was glaubst du woran das lag weil er einfach ab vom schuss ward und es im nahen umfeld niemanden gab das weiß ich gar nicht also kann ich gar nicht so genau sagen oder weil ihr einfach keinen bock drauf hatte geteacht zu werden gibt es ja auch ja wir waren so autodidakt irgendwie wir haben das einfach selber total ergründet die haben uns auch teilweise mitgenommen so in so abrissgelände und wir haben dann irgendwie unser ding da gemacht und die ihr ding also die waren jetzt auch nicht groß älter das waren das waren die waren vielleicht zwei jahre älter als wir aber irgendwie auf einem ganz anderen level also das war für uns noch weit entfernt auf jeden fall und dann haben wir einfach so uns dinge abgeguckt auch wie die sich so was man so macht eben keine ahnung wie man sich verhält und alles so was das heißt zeitlich sind wir da jetzt als es los ging dann nach den ersten line pieces und auch abandoned buildings dann so langsam in hannover wir sind dann so 2008 2009 ist es ja es ist schon noch 2008 tatsächlich also meine erste ich hatte mich kann meine graffiti karriere oder meine graffiti laufbahn so ein bisschen aufteilen und es gab 2008 schon den ersten cut quasi so also es gab dann ein kann ich ja so sagen ein bast quasi der mich dann relativ schnell wieder aus dieser szene rausgewürfelt hat so und mein kollegen auch das war dann also auch relativ zu beginn deiner karriere dass sie direkt ja schon voll total früh das ist so ärgerlich ja aber es ist passiert und hat auch groß also für die damaligen verhältnisse relativ große konsequenzen mit sich gebracht die unverhältnismäßig waren für den 15 jährigen muss man ganz ehrlich sagen also es war eine hohe geldstrafe es war jugendarrest und es waren sozialstunden das alles das ist aber ordentlich da kommt viel zusammen ja voll die gegebenheiten waren schlecht also es war wir wurden in einem jahr also es war eine kiste die wir gemacht haben train den wir gemalt haben so und die richterin die wir hatten das war eh schon so eine ganz verbitterte alte muss man mal so sagen und die hat auch noch dort gewohnt die hat sich das komplett zum krieg erklärt sie das persönlich genommen ihren persönlichen kleinen kleinen feldzug gestartet ja das hat mein anwalt damals auch gesagt das war also wahnsinn das heißt aber wenn du so 2008 angefangen hast also hannover hat ja nun wirklich eine sehr alte und auch qualitativ hochwertige graffitiszene immer schon gehabt ich glaube mein allererstes graffitimerk war das full moon magazin in den neunzigern schon das erste dass ich die finger bekommen habe und deswegen auch sofort hannover immer auf schirm gehabt seit ich gemalt habe hatte ich diese diese krasse ära fck htc hat clean trains und diese ganzen crews die da in den neunzigern bis wahrscheinlich so anfang 2000er bis anfang 2000er werden die noch sehr aktiv gewesen sein hatte ich das noch erreicht absolut ja absolut wir haben das tatsächlich im internet so ein bisschen verfolgt es gab so eine seite damals noch lange vor streetfights und sonstigen konsorten ich weiß gar nicht die hieß hannowart oder so also so eine mischung aus hannover und art und da gab es bilder zu sehen so aber ich glaube diese hochphase haben wir irgendwie gar nicht so mitbekommen leider aber war immer präsent finde ich also man hat es immer irgendwie wahrgenommen ja stehen ja bis heute noch viele bilder und so auf jeden fall und ist auch immer noch die ganzen alten sachen jetzt immer wieder mehr verstärkt habe ich gesehen im im netz zu sehen wenn ich bei insta sehe sich auf jeden fall sehr viele alte fck sachen wieder ja genau das freut mich sehr ja wenn ich mal habt ihr habt ja auch wirklich sehr viele sehr geschichtsträchtige hauls in hannover ja auf jeden fall ja definitiv auch durch diese battle of the year natürlich so diese ganze hip hop kultur direkt vor der haustür gehabt ja es ärgert mich manchmal dass ich diese diese ära so ein bisschen verpasst habe so habe ich das gefühl ich glaube ich bin ein bisschen zu spät reingekommen als dass ich das noch so hätte genießen können wie es wahrscheinlich damals war so gut ich glaube ich bin zehn jahre älter aber selbst ich habe leider auch nur noch so die letzten nachwehen von diesen richtigen jams mitbekommen ja okay war denn dann also ihr wart malen und ihr wart zeitgleich auch noch skaten zu die restlichen hip hop elemente haben die euch auch interessiert absolut ja voll also ich habe relativ früh angefangen auch zu freestylen so im privaten kreis das kam auch so durch die leute irgendwie die für die war das selbstverständlich irgendwie wenn die irgendwie abends abgehangen haben oder so dann haben also nicht alle aber einige von denen auch gefreestylt und ich war voll drin mich hat das fasziniert irgendwie und ja sonst auch so musik ganz klassisch war immer ein begleiter auf jeden fall freestyles du noch ab und zu ja auf jeden fall ist ein bisschen wie sport man muss man muss auf jeden fall auch ein bisschen drin bleiben so sonst sonst zerrt man sich was wenn man wieder anfängt irgendwie schon aber es geht relativ schnell also ich mag das auch so pausen dazwischen zu haben und dann hat man das gefühl jetzt muss einiges wieder raus aber wir machen das schon noch relativ regelmäßig bei uns im freundeskreis also die ganze crew also eigentlich freestylt so jeder so ein bisschen aber da gab es nie ambitionen mal mehr als nur freestylen zu machen also auch mal rap tracks zu machen vielleicht gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile von dem reims der hat jetzt also aus meiner crew der hat letztens einen track gemacht der macht immer wieder musik ja und sonst leider nichts veröffentlichtes es gibt von zum beispiel agil und tool die rappen auch und die haben tracks aber die veröffentlichen die leider nicht so das ist manchmal ein bisschen schade aber für dich wäre das nichts wenn du sagst du was freestyles auch mal nein nein ich habe oft darüber nachgedacht ehrlich gesagt aber ich weiß dass ich sonst oder ich habe angst den fokus von malen zu verlieren ich bin so mensch ich muss mich auf eine sache konzentrieren und fokussieren ja und da hat nichts anderes richtig platz leider ja das habe ich leider irgendwie nie gelernt bei mir war das immer so rap und graffiti immer sehr sehr gleich obenauf und zwangsläufig leidet dann immer natürlich irgendwas drunter wie sah es aus mit breakdance war das was was bei euch stattgefunden hat gar nicht habe ich mich auch schon so oft gefragt warum das so ist das war überhaupt nicht präsent ich glaube ich würde heute mit offenem also wenn ich jemanden breaken sehen würde würde ich da das wäre für mich noch mal so richtig was das wäre was neues weil das habe ich nie kaum live gesehen keinen kontakt zu gehabt ist ich weiß nicht woran es liegt finde das ist so das einzige element das übrig geblieben ist dass du diesen diesen community spirit von damals noch so ein ein bisschen mehr absolut mehr hat die leute fährst auf irgendein event und alle betteln sich und reden miteinander tauschen sich aus wo hast du das beim writing also klar mit deinen homie die du kennst aber wenn man es auf so eine große graffiti veranstaltung geht machen ja doch die meisten eher so sind eher so introvertierte menschen die eigenes tüppchen machen ja das stimmt ja da hast du recht so aber lass uns doch mal wieder zurückkommen zu deiner karriere ich habe ein interview von dir gelesen bombing science war das glaube ich da hast du gesagt dass du zwar 2008 angefangen hast aber ja dann erst so 2010 graffiti ernster genommen hast ja also ich habe nie wirklich pausen gehabt ich habe zwischendurch halt so ein bisschen weiß nicht so pubertät mäßig andere probleme halt gehabt als oder was heißt probleme aber irgendwie so ein bisschen aus den aus den augen verloren aber immer immer schon gesketcht ich bin auch ab und zu noch ein paar leuten noch malen gegangen dann kam der jugendarrest der wurde relativ spät erst bei mir veranlasst das war das müsste dann so 2010 gewesen sein und da gab es dann dieses einschneidende erlebnis klingt so ein bisschen klischee und kitschig aber es ist tatsächlich so dass ich halt echt voll lange zeit hatte da irgendwie also ich durfte blätter und stift und alles mit reinnehmen und habe die ganze zeit da gesketcht wie ein bekloppter und seitdem habe ich habe mir irgendwie vorgenommen dann irgendwie noch mal durch zu starten und seitdem versuche ich das ich nehme an deine eltern waren so semi begeistert von der ganzen aktion eigentlich geht es muss man ganz ehrlich sagen also ich habe wirklich super ja total ich habe total liebe eltern total verständnisvolle eltern die natürlich finden sie es nicht geil und fanden es auch kacke mir irgendwie das geld für den anwalt vorzustrecken aber sonst also es wird mir nicht vorgehalten und die waren auch die haben mich nie wirklich verurteilt oder oder gewertet so die haben das relativ neutral versucht zu sehen natürlich mit dem elterlichen aspekt schön cool ja auf jeden Fall den support hat ja nicht jeder ich weiß auch meine mutter war erst mal sehr entsetzt und es hat eine weile gedauert bis sie verstanden hat dass eben graffiti nicht gleichzusetzen ist mit vielleicht anderen sachen wegen dem man nachts von der polizeistation abgeholt wird als erst mal verstanden hat dass ich da normale war das für sie was anderes dann ja ja klar ist erstmal ein schock das geht vielen so die dann erst also da gibt wird nicht getrennt da wird halt viel verallgemeinert so eine polizei erst mal polizei schade eigentlich umso schöner zu hören dass es auch anders geht dann wir hatten ja schon mal kurz deinen namen angesprochen spuk 210 wann wurde der denn geboren wann wurde denn aus pax hast du ja gesagt spuk also dazwischen gab es noch einen namen mit dem ich dann damals auch quasi gebastelt wurde den ich aber ungern jetzt sagen würde also wer interesse hat so ich werde demnächst mal eine wand dafür machen habe ich überlegt damals so reunion mäßig mit den alten leuten mit denen ich gegangen habe habe ich gesagt lass mal eine chromwand machen wie früher und da werde ich den namen wieder malen okay so ne also vielleicht sieht man es ja demnächst und spuk wurde dann 2010 ungefähr gegründet im arrest das war so die arrest geburt ein sehr guter name wie ich finde eine sehr schöne buchstaben kombi ja dankeschön auch da habe ich in dem interview gelesen dass du gesagt hast dass dir der name so ein bisschen doppelt wichtig ist zum einen weil du das es glaube ich sehr dass den klassiker am anfang einfach sehr gerne magst natürlich der klassiker macht sich auch schöner am anfang als am ende wie bei pax finde ich finde ich gar nicht mittlerweile ich finde es am ende so cool richtig cool ein k am ende ist auch immer sehr classic ja genau was ich aber interessant fand dass du gesagt hattest es sind nicht nur die buchstaben die dir einfach liegen wegen denen du den gerne hast sondern eben auch die bedeutung weil du gerne creepy stuff magst glaube ich irgendwie hast du gesagt voll ja absolut wie äußert sich das wo kommt deine horror liebe durch keine ahnung also so schwer schwer zu beschreiben aber irgendwie ich bin so so affin für paranormales und also was es ist überhaupt nicht dass ich mich damit groß auseinandersetze aber ich finde das halt übelst interessant und paradoxerweise bin ich auch voll der ängstliche mensch finde ich also ich habe viele ängste mit denen ich mich oft auseinandersetzen muss und sehe das dann so ein bisschen als bewältigung dafür horrorfilme und sowas ist auch ein thema für dich stehst du darauf ja absolut aber es gibt nur noch scheiße es gibt echt nur noch schrott also es wird so selten mal kommt man gute horrorfilm raus ich gucke schon fast gar nichts mehr eigentlich mit horrorfilmen verbinde ich ja auch immer so ganz ganz bestimmte schrifttypen schriftfonds ja so die gruselige creepy horror schrift du weißt bestimmt was ich meine ja glaubst du dass das auch einfluss auf deinen style hatte wäre noch nur unterbewusst das weiß ich gar nicht der wird wort also das kann ich wirklich nicht sagen ich schätze schon dass also ich habe früher als ich habe schon immer gemalt und gezeichnet und habe immer schon so gruselige dinge gemalt ich habe schon immer viel monster und so gemalt früher das wird absolut einfluss darauf haben also ich denke auch manchmal bei meinem buchstaben dass das so spinnen ähnlich ist mit so ganz vielen in viele richtungen zeigenden dünnen elementen ich bin totaler spinnenphobiker ich weiß nicht warum aber ich habe halt früher viel gruselig gemalt und schätze schon dass das so ein bisschen mit eingeflossen ist man sieht ja auch öfter mal schöne creepy characters die du bei leihenwänden oder so auf dem insta kanal mal vielleicht auch gleich noch ein bisschen darauf zu sprechen aber bevor es an die characters geht bleiben wir doch noch mal bei den buchstaben so ein bisschen ja magst du alle deine buchstaben ich finde das u ja wirklich schwierig immer u findest du schwierig ja ich auch ich hasse es mich langweilt dieser wusch ich kann dem so wenig kann mit dem so wenig anfangen immer ja stimmt schon nee also gebe ich dir vollkommen recht und ich mal auch gefühlt ich glaube es sagen viele aber ich mal gefühlt jeden anderen namen lieber als meinen eigenen also da bist du nicht alleine ja auf jeden fall aber sonst doch ich mag schon meine buchstaben irgendwie also sie geben mir es gibt phasen da könnte ich kotzen und dann gibt es so phasen ich mache momentan wieder so ein bisschen simplere cars zum beispiel und habe mich wieder komplett neu verliebt so also ich setze mich gerade hin und mache ein ding nach dem anderen gefühlt weil ich voll lust habe irgendwie mehr mit diesem mit diesem k zu arbeiten es gibt phasen würde ich sagen also u ist auf jeden fall immer hinten dran da gebe ich dir vollkommen recht ich habe mir natürlich in der vorbereitung auch noch mal ausführlich deinen instagram account angeguckt ja und gesehen dass du auch sehr viele exchanges machst ach findest du gerne mal beziehungsweise ja ich formule es mal anders nicht nur exchanges aber eben auch andere worte sketch absolut ja das da gebe ich dir also exchanges das ding ist ich bekomme oft anfragen und lehne alle ab mittlerweile weil mir das gar ich habe das früher mal gemacht und mittlerweile finde ich das irgendwie das ist nicht mehr so meins aber so andere namen finde ich super also ich mache auch viele battles deswegen mit das reizt mich total weil da vorgegebene buchstaben sind und finde ich geil wie jeder das so eigeninterpretiert was ist da der reiz dran nicht mehr den eigenen namen zu malen sondern jedes mal andere geht es dir darum das alphabet jetzt noch zu meistern deinen style zu verfeinern oder ist es einfach dass du nach dem 50 spuk sketch einfach mal einen anderen letter brauchst sowohl als auch schätze ich also ich finde das halt cool wenn du ein ganz anderes wort mal ist entdeckt man ja oft irgendwie formen oder schwünge die man irgendwie gut findet und dann versuche ich die zu übertragen oder man sieht auch ganz andere wenn ich jetzt einen ganz anderen namen hat das ganz gesamtbild eine ganz andere form und wenn mir die form gefällt dann versuche ich das ähnlich also mein mein spuk so ein bisschen daran anzupassen so ungefähr also und natürlich wie gesagt auch einfach andere buchstaben herausforderung es gibt buchstaben kombi sind total schwer ja und gerade dann finde ich es total interessant sich damit auseinander zu setzen hast du einen endgegner buchstaben bei buchstaben ja was ist dein hass buchstabe t finde ich ganz schrecklich t es kommt darauf an es kommt immer ganz darauf an wo der buchstabe sich befindet im wort so ja aber t es t finde ich nicht sie sind so statisch irgendwie ich verflore ihn auch am anfang ich habe den namen one take auch nur wegen der bedeutung wegen genommen wie crow und jetzt sitzen wir alle da mit unseren buchstaben so semi geil sich flohen lassen aber na gut ja du hast es ja schon gesagt es hängt ein bisschen davon ab in welcher kombination die buchstaben stehen genau was macht für dich generell einen guten style aus ganz unabhängig also jetzt nicht von dir sondern allgemein irgendwo unterwegs bist und siehst den style was was muss der haben damit er dich catcht ästhetik würde ich sagen ästhetik wiedererkennungswert schwünge ich finde statisches da jetzt manchmal ein bisschen schwer also es müssen müssen sowohl statische elemente drin sein als auch schöne schwünge pfeile müssen gar nicht unbedingt aber sind geil kein style ohne pfeil sagen viele meiner freunde hier immer in kölnern wirklich einige die immer noch keinen sketch ohne pfeil einfach oder sich weigern einen sketch ohne pfeil machen muss nicht immer sein ne voll ist auch bei mir absolut phasenweise manchmal nervenpfeile auch total wie wichtig sind dir effekte und farbgebung farben finde ich super wichtig ist das was was du als kriterium für den style selber mit bewerten würdest nein überhaupt nicht überhaupt also ich finde man kann man kann geschmäcker oder meinen geschmack kann ich ganz gut anhand dessen ablesen wie jemand farben zusammenstellt da kann ich schon sehen okay das ist jemand der der hat ähnliche herangehensweisen als ich aber ein style finde ich funktioniert absolut in grautönen zum beispiel ohne effekte viel was auch geil ist ein graues bild mal machen macht total bock ehrlich gesagt ja ich bin auch bei meiner recherche auf ein paar ältere auf ein älteres interview von dir gestoßen von graffiti can't we stop was glaube ich weißt du was kann das auf facebook habe ich das gesehen da habe ich ein paar alte styles von dir gesehen das fand ich witzig weil ich die so noch nie gesehen hatte also da hast du ja wirklich noch mal ganz krassen entwicklungsschritt gemacht von deinen alten das müssen ja so um die 2010 ja die bilder damals waren glaube ich 2012 schon so um den dreh okay ja gut ist auch bald zehn jahre ich finde da ist ganz schön was passiert noch mal in deinen styles wenn man sich jetzt deine deine heutigen styles anguckt und zehn zwölf jahre ist ja trotzdem ein sehr langer entwicklungszeitraum absolut und ich finde deine styles sind ja wie soll ich das beschreiben ich finde die sind jetzt aufgeräumter damals und ausbalancierter würde ich auch bestimmt ich hoffe es und mir ist aufgefallen dass du deine eigenen ja ich nenne das immer so add-ons ja ja also diese ganzen weißt was ich meine ja ich weiß so elemente mäßig genau diese ganzen elemente mit denen man den buchstaben noch so ein bisschen aufpimpt sei es jetzt ein abgeschnittener genau ja der klasse whatever ähm genau dass diese add-ons bei dir oft und auch die die grundform deiner letters ist oft sehr ähnlich ja total das hat mir der raw auch gesagt das habe ich mir sehr zu herzen genommen ja ich finde das erst mal gar nicht negativ muss ich sagen also ich sehe ja es ist ja trotzdem nicht immer derselbe style mir fallen ja trotzdem die variationen auf die du machst was ich mich allerdings frage wenn ich das gucke ist ist das eine bewusste entscheidung diese diese formeln immer wieder sehr ähnlich anzulegen oder vielleicht mal anders gefragt benötigten graffiti so ein visuelles branding damit es besser hängen bleibt also wenn ich immer wieder kennt meinen eigenen style meine eigenen meine eigenen schwung elemente baue und so dadurch ein visuelles branding kreiere von meinem style ja ich weiß genau was du meinst ist das was wo du hin möchtest also ein beweggrund das so zu machen nee eigentlich nicht also ich würde am liebsten schon öfter aus meiner komfortzone mal rauskommen ehrlich gesagt ja kommen aber ganz oft so also das ist wenn mir ein bild gefällt dann versuche ich es noch besser zu machen quasi und das ist das ist glaube ich der prozess bei mir wie sich buchstaben entwickeln gar nicht durch dieses probieren sondern das was mir gefällt versuche ich nächstes mal ähnlich zu machen aber noch ein bisschen besser und dann mache ich das nochmal aber dann versuche ich es noch ein bisschen besser zu was nicht immer gelingt so aber das ist glaube ich so die grund herangehensweise plus ich finde es auch so ganz geil wenn man so also nicht stempeln also es geht nicht darum eins zu eins ein style zu malen aber ich finde dieses stempelprinzip eigentlich auch ganz cool ehrlich gesagt bei throw ups zum beispiel finde ich das super wenn man direkt sieht ey dass jeder zu seinen throw up stempel und das finde ich das habe ich auch vollgepackt finde ich ganz cool so ein throw up muss auch im dunkeln mit zwei promille sauber sitzen noch ja auch diesen stempel einfach ne genau ja gerade bei solchen sachen und das spart mir auch teilweise zeit so also wenn ich an der hall bin ich bin auch relativ flott unterwegs und ja freestyle dann schnell eigentlich drauf los so mehr oder weniger freestyle ich fand es auf jeden fall sehr bemerkenswert als ich mir so deine style entwicklung angeguckt habe denn als ich deine styles kennengelernt habe die habe ich erst seit zwei drei jahren würde ich sagen so richtig auf dem schirm habe da mal ein bisschen recherchiert und es war für mich total also als ich erfahren habe dass du in anführungszeichen erst zehn zwölf jahre malst fand ich das krass ich hätte hand dafür ins feuer gelegt dass du mit so einem style auf jeden fall noch schon viel länger unterwegs bist weil auch die die alten die ganz alten sachen die ich gefunden habe schon sehr gut proportioniert waren und sehr ausdefiniert waren dankeschön ja das habe ich lustigerweise schon öfter gehört dass mein style älter aussieht als ich tatsächlich bin beziehungsweise angekommener irgendwie es gab mal eine lustige situation auf dem festival da gab es leute aus hannover irgendwie die waren bei uns im lager plötzlich morgens und haben da irgendwie ein bisschen getrunken und ich lag im zelt höre nur die reden über mich bin so aus dem halbschlaf und denkst du die reden über mich was geht da ab bin aus dem zelt raus und dann gab es halt diese reaktion ey das ist spuk aber so enttäuschend das ist spuk das werde ich nie vergessen weil die weltwehen ganz anders erwartet haben auf jeden fall gut ich muss sagen das passiert mir immer noch bei jedem zweiten writer so wenn man ihn kennenlernt dass ich immer ein ganz anderes bild vor augen hatte ja schon aber ja das ist ist ja auch immer wieder das spannende finde ich an graffiti dass du eben oft eine ganz komplett andere vorstellung von dem menschen hast der dahinter dem style steht und dann lernst du den kennen absolut und es ist so zieht dir die schuhe aus allerdings im leben nicht ne das stimmt manchmal ist es bereichernd und manchmal ist es auch sehr enttäuschend wenn man leute kennenlernt gab es auch oft dass man irgendwie bilder oder oder künstler irgendwie als als künstler selbst immer sehr interessant fand und so und dann lernt man die menschlich kennen und dann ist es eben nicht mehr so es hat auf jeden fall sehr viel spaß gemacht sich deine style entwicklung da mal etwas genauer anzugucken und auch wenn manche leute vielleicht sagen dass du da immer dasselbe malst finde ich schon dass du mit deinem mit deinen letters und deinen add ons und diesen details die du machst zum beispiel immer diese diese anschattierte inline ja ja auf jeden fall ich glaube ich glaube ich weiß was du meinst beim p zum beispiel machst du innen noch mal so eine dünne inline die dann unten so ein leichten leicht anschattiert wird ja ja auf jeden fall und ich finde das ist schon sehr eigenständiger style den du da entwickelt hast eine sehr eigene handschrift ja findest du tatsächlich ja also ich sehe natürlich elemente die sehe ich auch woanders aber ich sehe da von anfang an eine sehr eigene handschrift auch drin okay also mich freut das ja ich bin aber immer so ich bin sehr selbstkritisch was das angeht und habe oftmals angst dass ich zu viele einflüsse meine buchstaben aufnehme und damit da mache ich mir regelrecht kopfzerbrechen drüber natürlich auch die frage wie man einflüsse definiert auch die leute die man selber als einfluss hat haben das ja meistens nicht erfunden das stimmt schon ja auch eben nur weiterentwickelt ich denke immer solange es irgendwie eine individuelle handschrift hat es ist alles legitim ja gut das mag sein aber lass es uns doch mal so ein bisschen runterbrechen da du dir ja wirklich sehr viele gedanken um deinen style machst was macht das war vorhin schon die frage was macht einen guten style aus konkretisieren wir das noch mal ein bisschen was macht einen guten spukstyle aus was braucht einen style den du malst damit du damit zufrieden bist oder sagst jo das ist ein burner ähm ein grundkonzept auf jeden fall also ich muss wissen in welche richtung ich gehen möchte ob ich wert auf symmetrie zum beispiel lege ich finde es ganz cool wenn style zum beispiel in waage hält dass es da ein element gibt was sich dann aber auch auf der anderen seite widerspiegelt also ich finde das ist halt auch so ein bisschen klassisch aber das bringt halt so eine grundharmonie rein ich finde es ganz wichtig zum beispiel bei mir wenn das p immer über alle buchstaben rüberragt ja einfach nochmal um so einen punkt zu schaffen der sich dann aber auch gerne am u unten widerspiegeln darf also quasi so eine versetzte symmetrie nochmal und sonst ja ich mag es langgezogen zu malen zum beispiel ich brauche an der hall auch immer unheimlich viel platz eigentlich weil ich das total liebe mich zu bewegen bei den buchstaben und groß zu malen das macht richtig bock ja und sonst zählen Farben auch dazu da geht es rein um style natürlich kann man auch über Farben reden klar Farben auch geil also wenn es eine gute Farbkombi ist da bin ich auch immer für zu haben wo man sich auch viel Gedanken zu machen kann also ich finde es eine gute Farbkombi macht halt auch irgendwie viel her ich habe auf instagram gesehen dass du relativ häufig an einer bestimmten Wand malst das sieht aus wie so ein Silo ja so ein bisschen so leichter rundlicht weil du gerade gesagt hast du hast auch gerne viel Platz wenn du malst definitiv das sieht ja aus als hättest du da auf jeden Fall deinen eigenen kleinen Spielplatz genau ich nehme an das ist auch ein bisschen ländlicher da dieses Silo das ist hier auf den Dörfern tatsächlich bei uns ist alles sehr flach da bei euch ne ja voll richtig flach was auch nervt weil ich habe das Gefühl dadurch ist es ständig windig also ich fluche immer wenn ich hier malen gehe immer Wind gefühlt ja und das okay habe ich ja gar nicht bedacht ja klar da kannst du ja wahrscheinlich ohne bisschen Windschutz manchmal zugucken wie es dir die Outline Farbe wegweht wenn du gerade ziehen willst ja wobei ich jetzt letzten Jahre immer wieder mal oben in Bremerhaven beim Fakt war zum Beispiel und da haben wir bei 70 Stundenkilometer teilweise gemalt also Windböen das war unerträglich also die sind das gewohnt scheinbar ich wäre fast nach Hause gefahren das ging gar nicht wirklich und hier ist es auch so also ständig diese Silos stehen halt auf einem offenen Feld quasi und da zieht der Wind auch immer rum aber es ist Meckern auf hohem Niveau ich bin dankbar diese Wände zu haben auf jeden Fall hat deine Umgebung irgendwas mit dir gemacht mit deinem Style glaubst du dass das irgendwie der Einfluss gefunden hat das glaube ich nicht unbedingt also schon wenn dann schon eher Hannover tatsächlich also ich bin es gab Zeiten da war ich wirklich fast also ausschließlich in Hannover weil ich hier raus musste heute sehe ich das ein bisschen anders heute bin ich dankbar hier sein zu können auf dem Dorf um eben mal abschalten zu können aber wenn dann eher die Stadt also wenn dann eher Einflüsse aus der Stadt hier glaube ich nicht so viel und die Crew die du malst wir haben ja gerade schon mal kurz davon gesprochen EBS ja Electric Boogies glaube ich hatte ich mal gelesen erst böse Sprühe also das Ding ist ja also es gibt eine Killer EBS Crew aus Bremen die heißen Electric Boogies für uns war das auch immer eine Bedeutung aber rein aus Respekt Gründen die sind so viel länger dabei und malen so krass gut Lenzer und Mosack Knut genau und bei denen ist quasi der die wirkliche Bedeutung Electric Boogies und das gönne ich denen die malen auch total so also das ist bei denen super authentisch bei uns ist es ein bisschen so L-Banditos Evil Bones zum Beispiel gibt es auch Einbrechers kennt ihr euch? habt ihr euch mal getroffen mit den EBS Jungs aus Bremen? ja war auch alles cool total ich war überrascht also ich hätte das nicht gedacht dass die damit so cool sind total nette Jungs eure Crew EBS kann man aber schon auch durchaus als Hannoveraner Crew verorten würde ich sagen ja es gibt auch noch einen Braunschweiger Anteil wie viele Leute seid ihr da in der Crew? um die 10 plus minus plus minus 2 ist deine einzige Crew oder? ich habe zumindest keine andere es ist meine einzige Crew genau ich habe eine Zeit lang MCR gemalt ein paar Jahre das war auch so ein bisschen die Connection mit den paar Leuten die jetzt bei EBS rübergeruscht sind von dort und MCR male ich seit ich glaube zwei Jahren jetzt nicht mehr wann wurde EBS gegründet? wie lange gibt es die schon? du malst ja auch schon ziemlich seit Beginn ja ja 2011 wir feiern dieses Jahr 10-Jähriges ah ja schön herzlichen Glückwunsch dankeschön so und wenn wir schon über den Geburtstag sprechen dann wie war das denn als die Crew gegründet wurde? du warst ja mit am Start von Anfang an oder? also das war so ein bisschen meine Idee ich habe das gegründet damals noch mit jemandem der heute nicht mehr EBS malt okay ich weiß auch genau das war auch so ein Buchstabending ich dachte ey welche Buchstaben kann man geil bomben? und geplant und dann ich glaube zwei Tage später haben wir irgendwie eine Straßenbahn gemacht und als die dann gemacht war war das halt klar dass es nicht nur so ein Ausprobierding ist sondern ich habe das dann ab dem Zeitpunkt halt ernst genommen ja und das eben versucht ein bisschen aufzubauen welchen Stellenwert hat so eine Crew in deinem Leben? oh sehr groß sehr groß würde ich schon sagen also es geht auch über so einen reinen Graffiti wir wir sind Leute die alle gerne zusammen ein bisschen malen verbund hinaus? definitiv ja voll also ich hatte schon immer eher dieses Crew-Gefühl selbst bei Leuten die gar nichts mit Graffiti zu tun haben weil ja man ist gemeinsam groß geworden man macht so viele Jahre was miteinander und das ist also wäre für mich keine Option mit Leuten in der Crew zu malen die ich nicht persönlich kenne ehrlich gesagt bin ich ganz bei dir für mich ist das auch immer noch so ein Familien-Ding es schweißt ja auch zusammen absolut ja man muss auch füreinander einstehen außerhalb des Graffitis definitiv definitiv ja nice dann habt ihr ja dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen was zu feiern auf jeden Fall ja ich hoffe ihr könnt das alle schön zusammen machen und man sitzt nicht immer nur zu Hause alleine vor seinen Leinwänden ja stimmt ja lass mal uns das einfallen Leinwände ist übrigens ein ganz gutes Stichwort das bringt mich zu meiner nächsten Frage und zwar da war ich sehr begeistert habe ich von dir ein Video gesehen von Spray Daily ja da hast du eine Leinwand bemalt und das Besondere daran war in meinen Augen allerdings nicht dass du eine Leinwand bemalt hast das war ein Foto von ich glaube von einer Berliner S-Bahn ja genau und es war nicht dass du einen abfotografierten Train auf Leinwand mit Lackstiften bemalt hast sondern das Setting das du da drumherum erschaffen hast für alle die es nicht kennen wir werden das Video auf jeden Fall auch unten verlinken beziehungsweise posten auf unserer Blogseite guckt euch das auf jeden Fall mal an falls ihr das nicht gesehen habt denn du hast da ich versuche es mal ein bisschen zu beschreiben nachdem du die eigentliche Leinwand bemalt hast ein sehr liebevolles Setting kreiert du hast da so ein Gleisfed mit kleinen Steinen gemacht und hast wirklich kleine Äste arrangiert ja und ein Setting erschaffen um diese Leinwand nochmal zu fotografieren und es sah wirklich so aus als würde man im Yard vor diesem Train stehen also das das war sehr detailverliebt und sehr liebevoll gemacht und ist ja ein bisschen die analoge Variante zu dem was gerade alle Welt mit iPad und Procreate macht so ein bisschen also dieses Fake Graffiti wenn man unken möchte schön also erstmal freut mich das voll dass das so rüberkommt weil ich am Anfang nicht damit gerechnet habe dass Leute das so wertschätzen also quasi diese diese Gedanken die ich mir damit gemacht habe und es sollte halt eben auch so ein bisschen das Gegenstück dazu sein dass mir oft vorgehalten wurde dass ich halt viel irgendwie per iPad mache oder digital was einfach nicht der Fall ist und dann habe ich gedacht im Rahmen dieses Videos kann man halt ganz gut das Gegenteil beweisen und zum Schluss mit so einem Augenzwinkern dass es halt auch anders möglich ist gut in Szene zu setzen ist in meinen Augen absolut angekommen also ich habe das auch so aufgefasst und ich war direkt sehr begeistert ich fand das eine sehr innovative schöne Idee die gerade auch diesen Zeitgeist trifft und diese ganze Diskussion die ja bei uns in der Kultur gerade total vorherrscht denn alle schlagen sich ja die Köpfe ein über das digitale Graffiti oder auch nicht bevor wir darauf kommen würde ich aber gerne noch ein bisschen über genau dieses Video und diese Arbeit sprechen Studio Works hieß dieses Video glaube ich oder ist das eine Serie genau das ist so ein Format gewesen davon gibt es glaube ich auch echt nur drei Episoden glaube ich ich glaube ich bin auch die letzte bisher gewesen wie kam da der Kontakt zustande beziehungsweise die Idee zu diesem Video ist da Spray Daily auf dich zugekommen oder genau ja die haben mich angeschrieben über Instagram und ich habe gerade eh voll viel Leinwände gemalt so dass ich habe mir von die gab es damals bei Graffiti Box Shop zu kaufen diese vorgedruckten Leinwände es gab zwei verschiedene U-Bahn-Modelle und zwei verschiedene S-Bahn-Modelle und ich wollte eigentlich eine Ausstellung machen so ich hatte gesundheitliche Probleme und konnte zu dem Zeitpunkt nicht laufen und habe dann in dem Rahmen quasi hier wie ein bescheuerter Leinwände gemalt und dann haben die mich angeschrieben und ich dachte ey perfekt so die wollen irgendwie dass ich was sketche und dann habe ich gefragt ob ich das auf so einer Leinwand machen kann und hast ihnen dann noch das ganze Kreative drumherum mit angeliefert mit diesem mit diesem Fotosetting voll gut dass sie es auch eingebaut haben also ich dachte ich habe das einfach hingeschickt und dachte ach mal gucken vielleicht finden sie das passt das nicht so rein aber doch ich glaube das haben die ganz gut damit reingeschnitten zum Schluss ja zum Glück es wäre total schade gewesen wenn man das nicht gesehen hätte ja ja genau den ganzen Effekt ein bisschen dann hätte man vielleicht gar nicht so verstanden was da passiert glaube ich ja 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 das stimmt ich muss da trotzdem nochmal nachhaken du hast gesagt du hattest gesundheitlich Probleme und hast deswegen zuhause Leinwände gemalt weil du nicht laufen konntest was war da los ja also ich habe mich zum Schluss noch an Wände geschleppt irgendwie um zu sprühen aber meine Beine waren irgendwie nicht mehr so tragfähig wie Beine eben sein sollten weil ich eine Erkrankung habe seitdem ich ziemlich klein bin die mich immer wieder mal begleitet mal kommt sie irgendwie zurück dann ist es stärker und dann musste ich operiert werden genau wow krass das war mir nicht bewusst das ist natürlich heftig ich glaube man kann sich da nicht reinversetzen wenn man das nicht selbst durchlebt aber da frage ich mich wie hast du reagiert als das immer schlimmer wurde also ich kann mir vorstellen entweder zieht einen das massiv runter und man fällt in so ein Loch oder es pusht einen und man kriegt so eine Anti-Haltung dass man sagt jetzt erst recht absolut ja also natürlich muss man auch realistisch bleiben wenn die Beine wirklich nicht mehr mitmachen und geschwollen sind und schmerzen dann natürlich hemmt das unheimlich und stellt einem im wahrsten Sinne des Wortes halt auch so ein bisschen das Bein aber auf jeden Fall pusht das und man oder ich habe sehr gelernt dankbar zu sein eben so überhaupt laufen zu können überhaupt malen zu können und genieße seitdem auf jeden Fall das Malen nochmal auf einer ganz anderen Ebene ja ich habe beispielsweise auch Zivillings gemacht und das hat mir auch einiges an Demut beigebracht und mir auch gezeigt dass ich meine Gesundheit wirklich wertschätzen muss und dafür dankbar sein kann dass ich irgendwie halbwegs gesund bin genau und ich kann mir vorstellen da geht auch nicht jeder so stark mit um wie du das gemacht hast also Hut ab sich dann trotzdem hinzusetzen und zu sagen dann rock ich eben Leinwände im Rollstuhl das schafft ja auch nicht jeder manche Leute stürzen da wahrscheinlich richtig ab ging mir am Anfang auch so aber Graffiti ist war schon immer und ist bis heute einfach auch ein Seil was mich aus diesem Loch ziehen kann schon auch schon immer gewesen irgendwie aus schlechten Phasen dafür ist doch Graffiti auch ein bisschen da sehr schön gesagt dem kann ich mich nur anschließen das war wieder ein positives Beispiel für Graffiti aber das muss ich jetzt natürlich noch fragen dir geht es wieder gut also du bist wieder völlig genesen und fit ja auf jeden Fall ich bin würde ich fast überhaupt ein fitter denn je ich habe meine Beine wieder rekonstruiert ich habe viel Sport gemacht und fühle mich für dieses Jahr sehr gewappnet und fit sehr schön das freut uns doch zu hören ja sehr schön so jetzt sind wir aber so ein bisschen vom Thema abgekommen verständlicherweise ist ja auch eine krasse Geschichte erstmal vielen Dank dass du das überhaupt hier mit uns geteilt hast finde ich sehr bemerkenswert aber eigentlich waren wir stehen geblieben bei den Leinwänden mir ist nämlich aufgefallen dass du gerade bei deinen Leinwänden auch gerne mal Airbrush verwendest also für so Effekte Backgrounds und sowas immer schon ja mittlerweile also auch erst seit letztem Jahr ist das nur ein Add-on das du dir geholt hast weil du sowieso Leinwände malst oder wie kam das also letztes Jahr zu den zu diesen Zugleinwänden die ich hier gemalt habe ich weiß gar nicht wie das entstanden ist ich glaube irgendwann brauchte ich mal hatte ich einfach mal Bock so ein bisschen so neblig zu malen und wusste oder kannte jemanden der eine Airbrush Maschine zu Hause hat aber meinte es voll nervig mit waschen und dies das und dann habe ich mir einfach günstig eine bestellt irgendwie ein bisschen informiert so ein Anfängerset bestellt ey und mal damit bis heute heute erst genutzt ist voll geil also es macht richtig Bock es ist total ergänzend zu meiner zu meinen Arbeiten kann ich nur empfehlen war das direkt Plug and Play also du hast das erste Mal das Ding bekommen und es ließ sich alles damit umsetzen oder gab es da Startschwierigkeiten ja voll ey ich gar nicht ich war voll überrascht ich dachte erst das wird schon so ein bisschen tricky aber ich finde man kommt da schnell rein wenn man ein ruhiges Händchen hat so das geht wunderbar ich male damit ja keine Feinlinien sondern so zum Nebeln und Fillen und so reicht es alle Male versuchst du ja trotzdem Farbeffekte oder Fillen-Effekte von der Dose nachzubilden mit Airbrush genau wo siehst du da den Unterschied zur Dose also bei den beiden Medien Airbrush und Dose vom Feeling oder vom Endprodukt erst mal vom Feeling wie ist das vom Feeling vom Feeling kann man gar nicht vergleichen eine Dose hat so viel mehr Kraft in der Hand also du hast ja schon was in der Hand was viel schwerer ist eine Dose macht viel mehr Geräusche und ich kann das gar nicht beschreiben aber eine Dose geht gibt viel mehr zurück als eine Airbrush Pistole die summt so vor sich hin und dann kommt da ein bisschen Farbe raus das kann man nicht so gut kontrollieren meiner Meinung nach also ich kann es zumindest nicht und Endprodukt finde ich sieht man auch also bei den Strichen macht auf jeden Fall total Sinn finde ich seine Toolpalette um Airbrush zu erweitern insbesondere wenn man viele Leinwände malt weil es dafür einfach natürlich ein Supermedium ist ja voll es kommt noch mehr also ich habe mir jetzt vorgenommen mir unbedingt so ein Farber Castell Buntstift Set zu kaufen plus Pinsel ja super wollte ich mir anschaffen dass ich auch noch mal ein bisschen weiter in die Richtung gehe die Dinger sind schon richtig geil gerade in Verbindung mit Pinseln und Wasser das so ein bisschen aquarellig aussehen zu lassen ja jetzt machst du ja nicht nur Analog Leinwände sondern wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen auch auf iPad mit Procreate auch wahrscheinlich na gar nicht das ist ja das lustige ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie ein iPad in der Hand gehalten noch nie ich schwöre auf alles noch nie ich wurde letzte Woche an der Hall angesprochen von jemandem der meinte das auch ob ich das viel mit iPad mache oder so ich kann das gar nicht noch nie probiert gar nicht das ist doch vorhin gemerkt was für ein Techniknoob ich bin ich kenne mich ne gar nicht ich habe einmal Tags gemacht auf einer Autofahrt nach Bremerhaven da hatte jemand ein iPad Pro und dann habe ich damit so Tags gemacht aber das war es also sonst noch gar nichts ich habe das auch einmal probiert und war völlig enttäuscht wie whack das war bis ich dann festgestellt habe der Kollege bei dem ich das probiert habe wurde mir dann im Nachhinein erst gesagt hatte nicht diese Paperlike Folie drauf ach so okay also du brauchst eine bestimmte Folie auf den Geräten damit sich das halbwegs anfühlt wie beim Zeichnen wenn du die nicht hast tut man sich wirklich unglaublich schwer damit da irgendwie ansatzweise so den Flow reinzukriegen das wusste ich am Anfang nicht deswegen habe ich das auch direkt verteufelt und erst mal wieder sein lassen bis mir das jemand gesagt hat ich glaube ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben irgendwann ja also ich persönlich bin da jetzt nicht so der Ultra-Fan von ehrlich gesagt also ich finde das super wenn Leute das machen aber es verfälscht halt unheimlich viel finde ich es nimmt so viel Atmosphäre raus ja es ist natürlich ein Problem denn du siehst den Bildern einfach manchmal nicht mehr an wo sie entstanden sind und ein kleines Hashtag mit Procreate das überliest man halt auch gerne mal voll findest du das problematisch? ja ich glaube guck mal das Ding ist wenn ich Bilder hochlade zum Beispiel auf Untergründen zum Beispiel auf etwas was rollt dann schreibe ich da immer in die Hashtags Procreate aber das hat andere Gründe das hat halt nicht die digitalen Gründe sondern eben keine Ahnung um einfach das wäre ich auch gleich noch bekommen da hast du mir die Frage schon beantwortet achso ich wollte gerade sagen also ich habe auch ein paar Bilder bei dir gesehen die sind dann sind nicht digital und hatten aber trotzdem dieses Hashtag dann ist die Frage auch beantwortet macht Sinn also das haben schon Leute geglaubt also es ist schon ganz lustig manche glauben das wirklich dass es trotzdem digital ist was eigentlich traurig ist denn das zeigt ja wie angekommen das schon ist und dass dass niemand mehr irgendwas für voll nimmt was er da draußen sieht also dass man sofort wirklich davon ausgeht das ist fake also ich bin wirklich manchmal richtig genervt davon also ich habe mit Leuten schon geschrieben auch wirklich großen Sprühern die meinten ey im Grunde was du machst ist cool so aber mache nicht so viel digital und mich ärgert das weil ich wirklich viel Liebe und viel Zeit krass in ja in alles reinstecke so und es halt wirklich nicht digital ist und es ist manchmal ein bisschen schade das finde ich gerade total spannend denn das ist ja das komplett andere Extrem von dem was alle anderen immer also die 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 digitalen Sketches machen und kriegen den Hate ab und du kriegst den Hate ab ja und kannst überhaupt nichts dafür in denen gar nicht wie reagieren denn dann die also so ein krasser Writer der Namen hat und dir sagt Junge das ist digital das geht nicht hier auf Trains oder was und du sagst ich habe das noch nie so gemacht wie reagieren die glauben die dir das also bei ihm ging es tatsächlich bei einer Person die ich jetzt im Kopf habe ja wir müssen auf Englisch also das war auch alles auf Englisch irgendwie und mein Englisch ist jetzt nicht das Beste also nicht so fließend aber aber den Standpunkt kann man macht man ja klar dass das dass das real war denke ich den kann man kriegt man ja vermittelt ja er fand es im Grunde glaube ich ganz cool aber ich fand die Art irgendwie auch nicht so nice wie er das letztendlich wie er mich angeschrieben hat irgendwie so also weder Hallo ey alles cool oder so sondern direkt rumgemotzt und es ist einfach nicht man kommt nicht ins Gespräch so aber ich glaube also ich würde mich ja in Grund und Boden schämen wenn ich irgendjemanden anschreibe und runter mache und dann erzählt der mir was willst du denn habe ich noch nie gemacht ja voll guck doch mal richtig hin ja dann macht es auch Spaß aber sonst ist es scheiße also manchmal ist es ganz lustig das Gegenteil beweisen zu können aber den Grundruf schon mal zu haben das ist ganz schön schwer wegzukriegen also weil es immer ist immer ein Begleiter welchen Stellenwert hat das heute überhaupt noch in deinem Leben Bilder auf rollenden Leinwänden ja doch schon irgendwie also es reizt mich momentan mehr denn je würde ich fast sagen und ich ja weiß ich nicht also es ist immer schon präsent also für mich ist das das geilste was es gibt tatsächlich und bin auch ein absoluter naja Befürworter von ich gucke mir das in Magazinen total gerne an und dann auch wirklich darauf mehr fokussiert und es hat immer einen großen Stellenwert gehabt aber ich lebe es leider nicht so aus wie es gerne würde das muss ich dazu sagen ja ich kenne viele Leute da kommt dann irgendwann auch nochmal so ein zweiter Frühling und dann geht es wieder los ich hoffe es ja weiß man nie es ist in der Tat bei sehr vielen Leuten in meinem Alter in meinem Freundeskreis natürlich dass die gerade alle so mit Ende 30 nochmal richtig richtig Alarm machen auf einmal alle und alle wiederkommen ich hoffe das gar nicht bei mir erst so ruhig wird aber in die Richtung wird auf jeden Fall in meinem Leben definitiv solange ich kann was kommen definitiv was natürlich auch immer geht ist zu Hause Sketches machen ja dafür muss man nicht raus das kann man glaube ich auch noch mit 70 im Rollstuhl machen sag ich auch immer ja und das machst du ja auch sehr gerne also wenn man dein Instagram sieht du machst auch sehr aufwendige sehr detailverliebte Blackbook Sketches ja wirklich mit aufwendigem Background mit Characters das ist eben finde ich schon eine ganz eigene Disziplin und überhaupt nicht zu vergleichen mit so einem Sketch den ich jetzt mal zeichne wenn ich an die Hall gehe und ein Bild male wo es mir nur um eine Grundskizze für mein gesprühtes Bild geht sondern ich finde diese Blackbook Kultur das ist wirklich so ein ganz eigener Aspekt denn das erfordert ja unglaublich viel Zeit und Leidenschaft so eine Full-Collar Blackbook-Seite da irgendwie zu machen also da sitzt man ja auch mal zwei Abende dran ich habe das auch so ein bisschen schleifen lassen früher habe ich auch nächtelang gesketcht und Blackbooks voll gemalt mittlerweile mache ich das nur noch wenn ich irgendwie Leuten was in Blackbook malen soll weil ich gar nicht mehr diese Zeit habe mich da zwei Abende dran hinzusketzen in der Zeit mache ich drei Sketches die ich irgendwie auf Wand sprühen kann wie wichtig ist dir das diese Blackbook Kultur oder siehst du das auch so als eigenständiges Genre im Graffiti an ne habe ich also eben gerade schon so ein bisschen geschmunzelt weil ich das noch nie so betrachtet habe aber natürlich schon was ganz anderes ist als an der Wand zu sprühen also da gebe ich dir vollkommen recht also es gibt Leute die sketchen unheimlich krass so können aber überhaupt also man sieht dann auch kaum Wände von denen ich versuche da irgendwie die Balance zu halten denke ich oder also bei mir ist es halt so saisonabhängig also jetzt zu der Jahreszeit ist es halt schon eher dass ich mehr Zeit zum Sketchen aufbringe als jetzt langsam wenn der Frühling kommt geht es wieder also mal ich halt deutlich mehr draußen und dann ab Winter eben wieder mehr drin so bestimmt sich das aber wenn du jetzt so ein Full-Color-Sketch machst ja mit Charakter mit aufwendigem Background ist das was das malst du in erster Linie für dich für deinen Blackbook oder geht es da eher darum das zu posten und auch auf Insta zu packen nö das mache ich für mich weil das habe ich schon immer gemacht so also wie gesagt schon als Kind ein bisschen extrem viel gemalt also ich war teilweise ja Stunden bei mir im Zimmer und habe wie ein Bescheuerter rumgekritzelt einem Papier nach dem anderen und das ist halt irgendwie das hat sich jetzt ist ein bisschen ausgereift aber im Grunde noch das gleiche Verhaltensmuster was ich so habe also immer einen Stift in der Hand kreativ sein wir sind neulich im Podcast in einem Gespräch drauf gekommen das war in der letzten Folge mit Sweet Love dass die Sketches einfach die Jahrzehnte überdauern also die Bilder an den Wänden sind irgendwann weg aber manchmal kommst du zu Leuten und kriegst ein Blackbook in die Hand und dann ist ein Der-Sketch oder irgendwas drin stimmt und du riechst die Tinte und du hast diesen Sketch und du hast was in der Hand das hat irgendein Typ gemalt der vielleicht nicht mal mehr lebt und dieser Sketch ist noch da und überall auf der Welt verstreut in tausend Blackbooks hat man Spuren hinterlassen ja da hast du recht und das wird für immer da sein das hat also ist ein ganz anderes Zeitzeugnis ey da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht als so eine Wand oder ein Foto richtig cool ja da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht tatsächlich aber da gebe ich dir vollkommen recht also man hinterlässt Spuren für für eine ganz lange Zeit ja du hast eine Sketch in der Hand den ein anderer Writer direkt von seinem Kopf über einen Stift aufs Papier gemacht hat ja voll also ich habe wie gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht bei mir ist es so dass ich ab und zu mal Leinwände male und verkaufe oder auch Sketches so verkaufe und das finde ich halt auch im Nachhinein geil wenn man drüber nachdenkt dass die dann was weiß ich in zehn Jahren noch in irgendeiner wildfremden Stadt quasi wo ich noch nie war irgendwie hängen und wer weiß wie sich das dann also ich bilde mir jetzt nicht ein dass die irgendwie in Generationen noch irgendwie immer wieder mal wo auftauchen aber das sind dann irgendwelche Dachbodenfunde quasi später sagt der Enkel irgendwann das Blackbook von Opa auf dem Dachboden und guckt, was der Opa gemacht hat das sind Zeitzeugen auf jeden Fall verwendest du da viel Zeit drauf also haben sich schon viele Blackbooks angesammelt bei dir über die Jahre ich habe gar keine Blackbooks momentan also schon seit Jahren nicht ich habe seit meinen Hausdurchsuchungen keine mehr haben wollen mich hat es geärgert dass ich die nie wiederbekommen habe und dann habe ich angefangen nur auf Papier zu malen also es gibt Blackbooks von der damaligen Zeit noch so auch mit ein bisschen Zeitungsartikeln und ja so geschichtmäßig archivierten Dingen aber die sind gut versteckt die sind nicht hier in der Nähe ja und sonst sketch ich auf Papier oder Karton ich male momentan viel auf so kennst du das vom Block quasi die Pappe hinten ja das finde ich voll toll also habe ich mir ein bisschen mit Dose grundiert und so sowas finde ich auch immer toll alles was weg geht vom normalen weißen Papier als Hintergrund total naja ich finde das auch macht so Bock jede Linie macht irgendwie doppelt so viel Bock wie auf dem weißen Papier selbst auf so einem abgeranzten Karton egal was das ist immer einen ganz anderen anderen Vibe direkt ja stimmt ja so da haben wir ja schon einiges abgehandelt jetzt ja dein Werdegang der Weg von Spuk bis hierher wäre vielleicht mal Zeit für so einen kleinen Status Quo Bericht bist du zufrieden mit deinem Style so wie er jetzt ist oder wo soll der noch hingehen hast du irgendwelche Vorstellungen also ich bin an einem Punkt angekommen wo ich auf jeden Fall deutlich zufriedener bin als ich noch vor Jahren war da habe ich mich immer in so einer Findungsphase befunden oder so in einer Schwebe irgendwie und mittlerweile fühle ich mich recht angekommen gibt aber auch immer wieder Punkte also ich weiß nicht ob das anderen auch so geht aber wenn ich dann irgendwie einen Style momentan mich sicher damit fühle und voll gern mag und ich habe da lange dran gearbeitet dass es so stimmt gerade alles aber dann irgendwie sich wieder Dinge verändern und ich frage mich wie das passieren kann und dann bin ich immer so nein ich will wieder dahin zurück ich will wieder so malen wie vor drei Monaten weil mir das da besser gefallen hat aber es geht nicht mehr und von daher bin ich nie zufrieden es ist okay aber es ist manchmal echt ein Kampf ganz schön für mich also weil ich mich auch wirklich viel mit Buchstaben auseinandersetze also ich mache mir echt viele Gedanken und es ist halt den Drachen nachzujagen man wird ihn nicht so schnell erwischen true ja du sagst es schon du machst dir viele Gedanken über Buchstaben ja wie viel Platz nimmt Graffiti so in deinem Daily Life ein ja das ist auch so ein bisschen phasenweise aber schon einen Großteil meines Lebens also es gibt noch so ein kleines anderes Hobby was ich habe für Schlechtwetter Tage das nimmt auch mal viel Platz ein aber Graffiti ist halt viel mehr als das das ist mittlerweile so ein Begleiter meines Lebens geworden dass es halt immer da ist also ich sehe das ich setze mich auch mit Werbung auseinander also Werbeplakaten ganz klassisch wenn man im Bus sitzt und dann ist da oben irgendwas ich forme die ganze Zeit Buchstaben wenn ich draußen bin gucke ich nach Spots irgendwie also versuche irgendwie die Welt als Möglichkeit wahrzunehmen Chancen zu sehen und deswegen ist es immer da eigentlich immer ein bekannter Berliner Writer ich glaube es Garas hat ein paar aus der Mal gesagt überall sind Buchstaben man kann in allem Buchstaben Formen erkennen und wenn man einmal dieses Auge für hat so dann geht das nie wieder weg ja da haben wir doch schön alles abgehandelt von der Vergangenheit über die Gegenwart bleibt nur noch die Frage nach der Zukunft gibt es irgendwelche Projekte die bei dir anstehen du hast ja schon gesagt vielleicht gibt es bald mal eine Chromwand die sich der ein oder andere da draußen dann auf deinem Insta gerne mal anguckt was da so für ein Name steht ja stimmt die wird es geben abgesehen von der Silberbombingwand was steht noch so an in Zukunft Projekte in der Pipeline eigentlich gar nichts groß geplant also auf jeden Fall ein paar Jams insofern das mit Corona stattfinden kann dieses Jahr ich habe ein paar Einladungen bekommen und ja sonst einfach weitermachen den den Spaß auf jeden Fall behalten das ist ganz wichtig also wenn ich keinen Spaß habe dann stimmt irgendwas in meinem Leben nicht dann muss ich grundlegend was ändern und das ist das Wichtigste für mich also dass ich auf jeden Fall immer noch dieses dieses Gefühl von damals mir aufrechterhalte yeah und damit sind wir eigentlich auch am Ende unseres kleinen ja gar nicht mal so kleinen Interviews Spuk mein Lieber ich bedanke mich ganz herzlich dass du dir die Zeit genommen hast ja voll gerne vielen Dank dafür für die Einladung war uns eine große Ehre die letzten Worte gebühren dir wenn du noch was sagen möchtest an unsere Hörer an deine Homies ey ich bin dankbar dass ich auf jeden Fall hier sein konnte grüße meine ganzen ganzen EBS Jungs und alle Hannoveraner und Leute mit denen ich cool bin auch außerhalb von Hannover und bleib gesund und habt Spaß und habt euch lieb Jo Spuk Moment 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 auch für dich haben wir die One-Liner vorbereitet ich hoffe du bist bereit und wir legen sofort los mit der ersten Frage und zwar der beste Horrorfilm aller Zeiten ist Die Conjuring-Teile Hannover ist die Stadt mit den meisten Scheißhaufen Ja witzig Ich glaube Raw hat genau dasselbe gesagt Ja das wäre so lustig Ja es ist auch so es ist viel tatsächlich Graffiti bedeutet für mich vor allem Liebe Spukstyles sind Dynamisch Der schlimmste Buchstabe der Welt ist Ein X weil es einfach ständig an ein Hakenkreuz erinnert Krasse Antwort Wenn ich mir Pieces aus den 90ern ansehe denke ich mir Verdammt ich war zu jung um es zu genießen Ich erschrecke mich immer bei Spinnen Ich glaube Geister sind Gutartig Und auch für dich unser Klassico Wenn Graffiti ein Gericht wäre also etwas zum Essen dann wäre es Ein Auflauf Also irgendein Auflauf einfach Und wenn Graffiti dieses Gericht wäre was wäre dann Street Art? Irgendwas was ich mir nicht leisten kann Hip Hop bedeutet in meinem Leben Zugehörigkeit Graffiti auf Trains bedeutet für mich Essenz Und wie sieht es mit digitalem Graffiti aus? Was bedeutet das für dich? Könnte weniger sein Okay alles klar man Ich muss mich fremdschämen beim Anblick von Älteren Menschen auf Handys Finde ich ganz schlug Okay Scheiße ich fühle mich angesprochen Ja ich weiß nicht warum aber das triggert mich sehr Ein Tipp für angehende Writerinnen So simpel anfangen wie es geht Simpel anfangen Jo man Sag ich meinen Workshops auch immer Doak Oder Smough Smough Jo Smough Grüße gehen raus An Smough Montana oder Molotow Montana Black Muss ich so Ehrlich muss ich sein Jo Spooky Beat Geile Antworten Coole Sache Auf jeden Fall Ein sehr nicer Gast Muss ich sagen Ich hab's sehr gefeiert Nicht nur die Antworten bei den One-Linern Auch das ganze Interview War sehr angenehm Mein erstes Remote-Interview Und bevor wir drüber reden Muss ich echt an der Stelle einmal sagen Crow Dicke Props Für dein Remote-Interview Mit dem lieben Desk7 Letztes Mal Ich hab das jetzt auch einmal durchgemacht Und es ist einfach nicht dasselbe Wie wenn wir live da mit den Leuten sitzen Trotzdem wird's immer besser Und ich glaube es hat ganz gut funktioniert Ja wie du sagst Es ist tatsächlich nicht ansatzweise vergleichbar Als wenn man einem Interviewgast wirklich gegenüber sitzt Und eben diese ganze Emotionalität Mimik, Gestik Das kann's einfach nicht ersetzen Ich find's trotzdem tatsächlich eines meiner Vielleicht sogar Lieblingsinterviews bislang Also ich finde das super stabil Was ihr da gemacht habt Und vielleicht auch deswegen für mich so spannend Weil es sich halt krass abhebt Von vielem was wir bis jetzt hatten Jetzt insbesondere in Bezug auf Die Sozialisation von Spuk Er ist schon Vertreter einer Ich nehm's leider nur sehr ungernes Wort Aber ich würde sagen Newschool Ja Trotzdem Wenn man sich schon dieser Terminologie bedient Dann würde ich aber sagen Ein Newschool-Maler Mit einem überraschenden Oldschool-Mindset Ich fand's auch so lustig Wie er Ich glaub es hat er in irgendeinem Satz erwähnt Dass manche Leute halt glauben Dass er älter ist Als er tatsächlich ist Weil er sein Style halt so aussieht So hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht Dass man sozusagen einem Style ablesen könnte Wie alt ein Maler ist Also das find ich ja Oder eine Malerin Das find ich absolut eigentlich weird So die Überlegung Aber da gab's so einige Beispiele Was Leute alles in die Styles rein projizieren Auch in die Spuk-Styles Und wenn sie ihn dann sehen Erstmal so nicht klarkommen Mit der Erwartungshaltung Die sie da hatten Was ja total bescheuert ist Denn das ist ja immer wieder das Spannende Bis heute Nach 20, 30 Jahren Graffiti Ist immer noch so oft so Dass man Leute trifft Das erste Mal Und die sind so komplett off Und anders Als man die sich so vorgestellt hat Bis heute Einfach die unterschiedlichsten Charaktere Da unterwegs sind auch Das ist doch das Tolle und Spannende auch daran Ich mein, ich weiß nicht, wie du's siehst Doch wenn wir uns jetzt mal Die letzten 18 Folgen Nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen Dann waren ja die allermeisten Interviewgäste schon Entweder aus unserer Generation Oder eben aus davor liegenden Generationen Die wir halt jetzt als Oldschool bezeichnen würden Und jetzt haben wir wirklich mal jemanden Der eben klassische Stylewriting macht Und eben Zwölf Jahre später angefangen hat Als wir so quasi Und Trotzdem Kann man Glaube ich schon feststellen Dass emotional gesehen Da dieselben Trigger irgendwie bedient wurden Damit das halt losging bei ihm so Also dieses Dieses Moment Warum er gemalt hat War ja nicht unbedingt Zum Beispiel jetzt ein Online-Moment Sondern er hatte ja wirklich Inspiration durch Personen und Menschen Aus seiner Umgebung Dieser ominöse Bruder zum Beispiel Dem einen Typen Der Mythos Und die klassischen Line-Pieces natürlich Die klassischen Line-Pieces Hannover als Stadt vor der Haustür Mit der Klar Gewachsenen Graffiti-Historie Also ich glaube Das waren da ähnliche Beweggründe Und trotzdem Kommt dann so was Geiles Wie zum Beispiel Ja Hip-Hop Habe ich bei Tony Hawk Irgendwie kennengelernt Wo ich mir denke so What Das hat mich total Irgendwie entsetzt Die Vorstellung Dass man im Videospiel Halt irgendwie Hip-Hop Sich reinzieht Ja Aber klar Ich meine es ist genauso legitim Mich auch erstmal Als ich Tony Hawk Das erste Mal gesehen habe War das für mich eher awkward Wie Hip-Hop da dargestellt wurde Teilweise sogar so ein bisschen Also es war okay gemacht Aber schon kurz vor Fremdscham Trotzdem noch für mich Und trotzdem ist er halt einfach mal richtig Hip-Hop to the fullest Also er freestylt mit seinen Homies Es ist wirklich so ein richtig klassischer Hip-Hop-Background Wie man den sich vorgestellt Jetzt das Breakdance mal außen vor gelassen Aber alles andere Auch an der Playlist Die ihr euch da draußen alle mal anhören solltet Ist natürlich auf unserem Blog Sieht man das auch Das ist der rougheste Hip-Hop Gattershit Den er da ausgepackt hat Habe ich auch Geht mir selten so Alle Songs in meiner Playlist Und richtiger Underground-Deutsch-Rap Geiler Ami-Shirt Zieht euch das auf jeden Fall mal rein Ja Ich meine Und da sind wir doch mal wieder An dem Punkt Was in aller Welt Ist denn bitte Hip-Hop Und was ist denn bitte Graffiti Also ich meine Das sind so Worthülsen Am Ende des Tages Und die sind so frei Zur Interpretation Dass das halt heutzutage Gar nicht mehr geht Dass man von einem Kanon spricht Oder von einer Nennen wir es mal Von einem Sprengel Oder von einer Von einer Religionsrichtung Die das halt dann Richtig auslegt Ich finde das wirklich krass Und ich finde dieses Interview Zeigt nur Dass da längst Eine Wachablösung Stattgefunden hat Und das halt so Ich sag jetzt mal So ältere Generationen Die sich da irgendwie Immer noch so hart Fest krallen Sorry Jungs und Mädels Da draußen Also Es ist einfach vorbei Also heutzutage gilt das Einfach nicht mehr Und das gilt für mich Jetzt zum Beispiel Auch in Bezug auf Digitales Graffiti Und was auch immer noch Da draußen rumschwirrt Ich glaube wir müssen uns Da alle echt locker machen Definitiv Denn sonst kann das Wie man bei ihm ja gut gesehen hat Auch in die völlig Entgegengesetzte Richtung Zurückfeuern Wenn er dann Vorwürfe Sich gefallen lassen muss Dass er es mit dem Digitalen Graffiti So ein bisschen übertreibt Weil er aus Schutzgründen Da so Procreate Hashtags Unter seine Postings setzt Und gestandene Writer Nicht checken Dass das Real Stuff ist Für jemanden Der in Anführungsstrichen So jung ist Wir sagen das ja immer so Es ist ja nicht so Dass wir jetzt hier Über einen Teenager reden Er ist ja auch schon Seit über einer Dekade Liefert der Mann ja schon Styles ab Und es ist ja auch Keine 14 mehr Genau Aber natürlich Für uns alte Säcke Aus den 90ern Ist das natürlich Nochmal Eine andere Generation Ja und nichtsdestotrotz Ich weiß nicht wie es dir geht Aber ich habe mich schon Ein paar Mal Wiederentdeckt Also einmal diese Diese Passion Diese Leidenschaft Dieses Diese Antrieb Vollgas zu geben Das hatte ich ja auch Immer wieder mal In meiner Biografie So Momente Wo ich einfach so Bock hatte Gerade am Anfang Und Na klar Ich meine Auch dieses Dieser Wunsch Am Style zu feilen Und Einfach immer mit Mit einer Mit einer Portion Neugier vielleicht auch Versuchen halt Next Step zu gehen Und so Also ich finde Das ist was Das hat nichts mit Generationen zu tun Das ist einfach Ein Stück weit Eine Einstellung Hat man ja super bei ihm gehört Und genau dieses Mindset Hat er ja auch Er will ja auch Kontinuierlich seinen Style Verbessern Und selbst wenn er aus so einer Anderen Generation kommt Ist es ihm auch Denke ich Das kam auch sehr gut durch Wichtig was Leute wie Raw sagen Also wenn er von so einer Älteren Generation Dann Input bekommt Dass der ihn sich auch Zu Herzen nimmt Und Wirklich In love with the letters Ist so Und sich da hinsetzt Und Auch Der Elan Den es braucht Solche Blackbook Skizzen abzuliefern Da sich irgendwie Zwei Abende An den Schreibtisch zu setzen Auf jeden Fall Bemerkenswert Muss man ja völlig irre sein Wenn man sich jeden Abend Hinsetzt Einen Sketch mal Full Color Ich kenne keinen Der das macht privat Nur auf der Arbeit Hier im Podcast Wahnsinnig Oh man Ja gut Die Schicksalsschläge Die er erleiden musste In seinem In seinem doch Jungen Leben Ja Finde ich Auch extrem Bemerkenswert Und auch krass Dass er diese Diese Infos mit uns Da geshared hat So Aber Aber ultra krass Ultra krass Finde ich Ja Ich muss ja auch sagen Ich habe das Zu Beginn des Interviews Gar nicht so Verstanden Er hat das ja schon mal So kurz angeschnitten Als er meinte Er musste irgendwann Das Skaten Wieder abbrechen Da habe ich das Gar nicht so hinterfragt Weil ich natürlich hier Das Interview Nicht wegen seiner Skateboard Karriere Geführt habe Und als er das Dann so ausgepackt hat Da musste ich auch Was mal schlucken Und Hut ab auf jeden Fall So eine Info Auch hier im Podcast Rauszuhauen Und das mit uns Zu teilen Ich fand es Richtig krass Und extrem motivierend Zu hören Dass ein Mensch Da draußen Und ich würde mich Da auch mit einschließen Obwohl ich schon Jemand bin Der passioniert ist In dem was er tut Aber da kann man sich Trotzdem eine Scheibe abschneiden Wenn man unter solchen Umständen So eine Qualität abliefert Puh Also da gehört schon echt Eine ganze Menge dazu Deswegen auch echt Dicke Props An Spuk Und weiterhin So ein Understatement Zu betreiben Und einfach so ein Extrem down to earth Grundsympathischer Typ Zu bleiben Ehrenmann Ein stabiler Ehrenmann Korrekter Dude Yo So wir können zusammenfassen Ein Extrem stabiles Interview Sehr geil Auch mal Einen Kandidaten Vor dem Mikrofon zu haben Der mit einer Ein bisschen frischeren History Ins Game gekommen ist Und für alle die noch ein bisschen mehr Über den lieben Spuk 210 210 Erfahren wollen Kann ich wie immer nur Raten Guckt auf unserem Blog www.wdl.rocks Ihr findet Manche wissen es bereits Eine nice Fotogalerie Von dem Mann Außerdem seine Playlist Über die wir gerade schon Ein bisschen gesprochen haben Auf YouTube gab es leider Kaum Lieder davon Deswegen empfehle ich Die Spotify Playlist Wenn ihr Spotify habt Und das war es Folge 18 Wir sind erwachsen Yeah Wir können einen Alkohol trinken Mein Freund Jetzt ganz legal Ein Schnaps Ein Schnapp Ein Schnappers Hier Schnappi Das kleine Krokodil Was bist du für ein Schnapstyp? Ich bin eher so der Cocktail mit Schirmchen Typ Wenn ich ehrlich bin Bist du ein Süßer, ne? So ein Baileys nach der Arbeit Und abends Cocktail mit Schirmchen Okay Oh man Ich freue mich so drauf Wenn wir mal Was trinken gehen können Das machen wir noch Dieses Jahr Wir kriegen das hin Wir kriegen noch einiges hin Zum Beispiel unsere neue Rubrik Denn damit geht es Nächstes Mal los Das müssen wir vielleicht auch noch An der Stelle einmal kurz erwähnen Liebe Freunde Für alle die denken Je in zwei Wochen kommt der nächste Gast So ist es nicht Und ich würde euch gerne sagen Was in zwei Wochen kommt Aber ich habe selber Kein blassen Dunst Was der liebe Crow da vorbereitet Neben seinen anderen tausend Projekten Aber ich lehne mich zurück Und bin gespannt Ich verrate nix Ich kann nix verraten Weil ich weiß es nicht Aber ich warte mal Und Harry der Dinge die da kommen In zwei Wochen wissen es Peace Peace Besten Plan Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal